Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir meine berühmte Beefreißpfanne. Los geht's! Und das sind die Zutaten, die wir für unsere Beefreißpfanne benötigen. Zum einen natürlich Rinderhack, etwa 400 bis 500 Gramm. Ich habe hier ca. 450 Gramm grobes Rinderhack mit einem hohen Fettanteil, dass es schön saftig wird. Dann haben wir hier Moorrüben, Zwiebeln. Da könnt ihr natürlich noch jedes andere Gemüse nehmen, was ihr haben wollt. Dann haben wir hier Reis, Paprika, Hackfleischgewürz, Kreuzkümmel, Curry, Oregano, italienische Kräuter, etwas Tomatenmark und außerdem etwas Tomatenketchup. Und zusätzlich benötigen wir natürlich auch noch einen Topf für den Reis und eine Pfanne fürs Fleisch. Zutaten und Mengenangaben findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Als allererstes kommt unser Reis in den Topf, Wasser drauf, Salz nicht vergessen, Deckel drauf und Flamme an. Zum Anbraten kommt noch etwas Olivenöl in die Pfanne. Anschließend kommt nun unser Hartfleisch in die kalte Pfanne. Auch beim Fleisch heißt es jetzt Flamme an. Wir können jetzt auch schon mal anfangen unser Hackfleisch zu würzen, indem wir als allererstes etwas Hackfleischgewürz oben drauf geben. Etwas Paprikagewürz. Ein wenig Curry, etwas Kreuzkümmel, ein bisschen Oregano und ein paar italienische Kräuter. Nun massieren wir die Gewürze in unser Fleisch ein. Deckel drauf und anbraten lassen. In der Zwischenzeit, wo der Reis langsam aufkocht und unser Fleisch anbrät, können wir uns schon mal um die Zwiebeln kümmern. Und die Zwiebeln schneiden wir einfach in kleine Würfel. Zwischendurch natürlich das Fleisch auch mal umrühren, dass es nicht andrennt. Das Fleisch sieht schon sehr, sehr saftig aus. Sobald der Reis kocht, können wir die Flamme ausstellen. Den Deckel einfach hier so schräg draufsetzen, damit auch nichts überkocht. Unsere Zwiebeln sind jetzt fertig geschnitten und kommen jetzt in die Pfanne zum Hackfleisch. Zwiebeln rein und umrühren. Mit der Temperatur können wir jetzt schon mal etwas runtergehen. Nun sind unsere Moorrüben dran und die schneiden wir jetzt auch einfach in kleine Stücken. Die Moorrüben kommen nun auch in unsere Pfanne. Und jetzt wird das Ganze auch nochmal kräftig umgehöhlt. Geben wir nun noch etwas Olivenöl hinzu, dass uns das Ganze auch nicht anbrennt. Anschließend würzen wir das Ganze nochmal mit ein wenig Paprika-Gewürz. Das Curry. Hackfleisch-Gewürz. Oregano. Und mit italienischen Kräutern. Jetzt kommt das Tomatenmark in die Pfanne. Anschließend noch einen guten Schuss Ketchup. Und das rühren wir jetzt um. Deckel drauf. Und noch ein bisschen ziehen lassen. Hier kommt der Reis. Jetzt rühren wir das Ganze hier noch schön um. Oh, eine herrliche Farbe. Schöne Röstaromen. Und damit ist unser Gericht jetzt auch schon fertig. Zeit zum Anrichten. Wow. Riecht das köstlich. Einer geht noch. Ihr wisst ja, hier wird geklotzt und nicht gekleckert. Und für meinen persönlichen Geschmack kommt jetzt kurz vor dem Verzehr natürlich auch noch Tabasco obendrauf. Vorsichtig beim Essen. Man kann es hier schon am Dampf sehen. Es ist wirklich verdammt heiß. Guten Appetit. Es ist heiß. Es ist würzig. Es ist saftig. Schmeckt wunderbar. Na, auch mal probieren. Und das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Habt noch einen fantastischen Tag. Und bis zum nächsten Mal.